Ich will einen zweiten Zugang versuchen, der auch noch mal auf etwas abhebt, dass wir nicht zu schnell, auch wenn Sie da jetzt Reserven haben und sagen, naja, jetzt hat er so ein Artikelchen gefunden über den Gerald, das ist ja irgendwie nett, dass er uns das hier bringt. Man muss ja immer irgendwie im Jungen einen Einstieg suchen. Ich möchte es noch mal mit einer zweiten Sache versuchen, der nur am Rand eigentlich mit der Bibel zu tun hat, aber doch auch mit ihr zu tun hat. Musik Vielleicht konnten einige von Ihnen die Bilder zuordnen und die Musik. Musik. Irgendwie jüdische Musik war das. Plätzner Musik. Musik und Bilder aus einer untergegangenen Welt. Diese Welt gibt es so heute nicht mehr. Musik. Das war die Welt des sogenannten jüdischen Städtels. Aufgenommen von Roman Wiesnack Ende der 20er Jahre, Anfang der 20er Jahre, als es sie noch gab in Ostdeuropa. In Polen und Litauen. Wir müssen nicht vertiefen, woran diese jüdische Welt untergegangen ist. Was hat das mit uns zu tun? Das wird immer in die Bibelschule auch hineinspielen, auf dieses Stück unserer Vergangenheit. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir diese fremde Welt, diese untergegangene Welt, als eine fremde Welt respektieren müssen. So ist das auch, wenn wir uns der Heiligen Schrift nähern. Deshalb auch nochmal die Vertiefung des Wortes, ich weiß, weil ich es nicht denke. Wenn wir an die Bibel herangehen und immer schon wissen, um was es geht und mich zunächst in einem ersten, in einem zweiten und in einem dritten Schritt zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass es ein fremdes Buch ist, dass es eine fremde Kultur ist, eine fremde Sprache, eine fremde Umwelt. Alles, mit dem wir heute fast keine Berührungspunkte mehr haben, weil es diese Welt auch so nicht mehr gibt. Dann kommen wir zu Vereinnahmungen und stellen uns selber ein Bein. Man kann das an verschiedenen Dingen sehen. Also etwa auch an der, in dem aktuelles Beispiel, die Integrationsdebatte. Wenn wir nur auf den Standpunkt sehen, die jetzt alle, die hierher kommen, müssen jetzt erstmal alle gute Deutsche werden. Das geht überhaupt nicht. Das geht von den Genen her schon nicht. Ja, ohne jetzt irgendwie einer völkischen Debatte Vorschub leisten zu wollen. Aber es gibt kulturelle Prägungen, die wir nicht wie ein Winniacke ausziehen können. Und das ist auch gut so. Deshalb, also zunächst, wir haben es mit Texten, mit Vorstellungen einer uns ganz Fremden und inzwischen auch untergegangenen Kultur zu tun. Und ich finde diesen ersten Schritt der Fremdheit heilsam. Genauso, wenn Sie diese Bilder sehen, die es auch heute in der Realität kaum noch gibt. Also wie hier das letzte Bild, wenn man um die Schriftauslegung geht. Die Tora ist aufgeschlagen und es sitzen alle da drumherum und diskutieren um die richtige Auslehre. Und das macht man ziemlich laut. Oder wie die Kinder eben über die Bücher gedeutet. Wir haben heute noch den sprichlöchischen Ausdruck, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, es geht so wie in der Judenschule. Warum? Es ist immer durcheinander, es ist immer sehr laut. Wenn man neben so einer Schule mal war, oben am Ziehungsberg, gibt es so eine, das ist ziemlich heftig, da kommen wir zu keinem klaren Gedanken. Weil die den ganzen Tag die Texte rezettieren. Und das ist ziemlich schreiend. Aber so lernen Sie das. Und dann wird gestritten, dann kloppen sie sich und dann werden die biblischen Texte weiter rezettiert. Das ist so der Zustand. Eine für uns, eher von unserem Verständnis her, auch da immer noch fremde Welt. Das ist sehr schön. Wie hat einお願いします. Sie sich um ich dank Leute in diesem Verständnis her Context zurückkeьяpresst. Und dann nicht das zeitige, wenn ich fertig bin. Und wenn du damit nicht weirst?